Die moderne Form der Schnitzeljagd heißt Geocaching. Damit die Hinweise nicht durch Niederschlag oder Umwelteinflüsse beeinträchtigt werden, setzen Geocacher deshalb auf diese kleinen Helfer zum Anbringen von Markierungen. Das 27-teilige Schlagbuchstabenset wird in einer handlichen Aufbewahrungs- und Transportbox ausgeliefert. Die Buchstaben auf dem 6 cm langen Schlagstempel aus Vollmetall sind 4 mm hoch. Ob Holz, Metall oder Leder, sie hinterlassen ihre Botschaften oder Prägungen dauerhaft und unkompliziert auf vielen Oberflächen. Das Buchstabenset eignet sich prima als Ausrüstung für Geocacher und Schatzsucher, aber auch zum Verzieren und Markieren. Greifen Sie jetzt zu!